WDR 2 Volker Pispers WDR 2 Volker Pispers Als im Fußballstadion, der modernen Arena Da gibt es Menschen zu bestaunen, die noch mehr unter Druck stehen als man selbst Da wo das taktische Foul zu Hause ist, wo die modernen Gladiatoren sich fit spritzen lassen Gewohnheitsmäßig Gras fressen, um über den Kampf zum Spiel zu finden Da kann der aufgeklärte Mensch seinen Gefühlen freien Raum lassen In der Arena wird gesoffen, gegrölt, gepöbelt und gerne auch mal ein gegnerischer Fan vermöbelt Die einen werden als Fußballgott gefeiert, die anderen als Totalversager verhöhnt Als Mädchen und Holzusen beschimpft oder mit Bananen beworfen Und vom Fußballgott zum Scheißmillionär ist es oft nur ein kleiner Fehlpass Als sich der Torwart Robert Enke vor ein paar Jahren das Leben nahm, war die Betroffenheit groß Und es wurde das große Umdenken gefordert Letzte Woche wurde der Torwart Timo Hildebrand auf seiner eigenen Facebook-Seite aufgefordert, sich doch bitte zu erschießen In der Fußballarena kann man erleben, auf welch hohem Niveau sich die Zivilisation des christlichen Abendlandes bewegt Und auf welch dünnem Eis sie dahin schlittert Und seit der Schuldenkrise ist auch noch Tauwetter angesagt Bis neulich Bis neulich